So, liebe Leute, mir fehlen noch zwei Stufen. Ich bin Stufe 38, ich will Stufe 40. Mir fehlt noch eine Nebenquest und ja, andere Sachen fehlen auch noch. Hogwarts Legacy Mission 100%. Mal auf der Karte gucken, wo wir gerade sind. Ja, hier ist ja auch alles weg. Dann werden wir doch jetzt einfach mal rüber gehen zu dieser Höhle. Wer hier wohl wohnt? Wünschen. Oder vielmehr zu diesem Schatzgewölbe gehen wir einfach mal. Ja, und wenn wir die Karte durch haben, müssen wir eh nochmal nach Hogwarts. Ich fände es aber ganz cool, wenn ich die Karte heute durchkriege. Und danach starte ich eine Mission als Snape. Ah ja, und das habe ich jetzt gesehen. Jetzt kann man schon so ein Probequidditch-Spiel machen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Oh, fuck. Hier sind Gegner. Und, ähm... Upsi. Wir landen einfach mal. Oh nein, 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 nein. Kein Troll, kein Troll. Oh Mann, hier ist ein Lager. Ach du Scheiße. Kann ich bitte hier weg? Also ich weiß nicht, was ich hier für eine Scheiße gebaut habe. Ich treffe bestimmt jetzt keinen Troll mit einem Felsen. Genau, hier möchte ich jetzt landen. Ach, F ist einsammeln. Ja, perfekt. Statt eine jetzt nicht eingesammelt, ist mir auch egal. Perfekt. Hat keiner gesehen. Okay, wir machen die erst mal fertig. Okay, das hier einsammeln. So, ich will den jetzt echsen. Und ich habe mich gleichzeitig geheilt. Perfekt. So, was hinterlässt er? Keine Ahnung. So, kann ich jetzt hier reingehen bitte? Wo ist hier noch eine Schatzkiste? Ach hier. Ja, okay, das war du. So. Gut, dann ist das abgehakt. Dann muss ich hier nur noch ins Schatzgewerbe reingehen. Ja, sieht eigentlich so aus, als ob die Schatztruhe einfach da ist und ich es nehmen kann. Ja, okay, einmal Incendio und ja, fertig. Jetzt auf dem Nachrahausweg noch einmal Incendio. Sicher ist sicher. Dann kann man hier auch wieder rausrennen. Und dann wäre es das auch schon. So. Was musste ich opfern dafür? Für ein Megapont-Trunk. Da unten ist ja noch eine Flohrflamme. Wahrscheinlich ist da ein Dorf und wahrscheinlich gibt es da dann noch irgendeine Nebenmission. Aber dann ist das halt so. So. Perfekt. Ah, nee, ist tiefer, ist tiefer, ist tiefer. Ist hier der Eingang? Ja, hier ist der Eingang. Wow. Okay, sie muss reinkrabbeln, aber schafft sie. Boah, irgendwie freue ich mich, das nochmal von neu zu spielen. Ach, das habe ich immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Okay, was man hier machen muss, habe ich noch nie verstanden. Muss man sich da anschleichen? Glaube ich eher nicht. Ey, was muss man da machen? Diese Scheiße nervt mich jetzt schon. Ah, man muss es abfackeln, okay. Ich bin mir nie sicher. Ich check das immer so spät. Muss man das fünfmal treffen? Muss man es fünfmal abfackeln? Keine Ahnung. Ich meine, muss man es einmal abfackeln? Muss man es fünfmal treffen? Wenn wir uns da langfliegen, können wir auch eigentlich direkt zu diesem Altar da gehen. Der war da ja in der Nähe. Nein, es ist jetzt nachts. Wir können zum Astronomiealtar gehen. Irgendwo hier war der Astronomiealtar. Hier, oder? Ja, dann gehen wir doch dahin. Perfekt. Ich habe ihn trotzdem gefunden. So, wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. So, kann ich das jetzt benutzen? Danke. Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse das. Aber hier so rum wahrscheinlich. So. So, jetzt noch. Näher ran so rum. Drehen, drehen, drehen. Ist wahrscheinlich jetzt doch so rum. Ich habe keine Ahnung. Kann das so rum sein? Ja, oder? Ja, perfekt. Wolf. Wow. Ist halt auch nur rumprobieren, ne? Es ist nur rumprobieren. Südliche Klammer... Klackmarküste. Hier irgendwo ist die Flohflamme. Wahrscheinlich hinter diesem Hügel. Ja, dann gehen wir halt jetzt zu dieser Mehrdienstaufgabe. Ist doch egal. Machen wir das zuerst. So, bam. Ja, natürlich. Die sind doch überall. Oh. Man muss, glaube ich, Reparo machen. Ja, muss man. Dann muss man da hingehen, da Reparo machen. Wahrscheinlich hier vorne, oder? Ja, hier muss man Reparo machen. Und dann war es das, glaube ich. Meistens dreimal. Ganz zu glücklich, Merlin. So, perfekt. Hallo. Können wir da wieder Lumos hinmachen? Und dann können wir jetzt da hochgehen. Und ich glaube, dann müsste viel auch schon geschafft sein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das... Oh mein Gott, ich habe alle Flohflammen... Äh, alle Flohflammen freigeschaltet. Ja. Hier ist jetzt noch ein bisschen was. Machen wir erstmal eine Mehrdienstaufgabe. Keine Ahnung, wo jetzt die andere neben Quest ward. Vielleicht ist das auch die, dass man dann doch alle Demigeise geschafft hat. Oder, dass man irgendwas anderes geschafft hat. Keine Ahnung. Also, ich weiß aber, dass man 100% schafft. Meine Freundin von mir hat 100% geschafft. Und... Ja, okay. Also, sie ist der höchste, krasse Computerspiel. Sie kann alles Nerd. Das könnte natürlich sein. Aber eigentlich ist sie normal. Also, wenn normale Menschen das schaffen... Okay. Okay. Ach nee, was muss man da nochmal machen? Ach, die muss man einfach zerballern. Ja, ja. Perfekt. Da oben sind noch drei. Es sind meistens immer neun. Ah nee, das waren... Habe ich dann wohl schon sechs auf einmal gemacht. Ich glaube, das ist meine Lieblings-Meerdienst-Quest. Einfach Sachen zerballern. Das ist mein Ding. So. Next one. Hallo, ich will da hinreisen. Du 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 du. Ja, perfekt. Wir sind da und gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Bitte nicht das mit diesem Feuerscheiß. Ach nee. Das mit dem Switchen. Da brauchen wir Fliehpende. Und perfekt. Hier haben wir auch nochmal Schätze. Das heißt, wir müssen auch bald nochmal zu nem... Ähm... Ja, zu nem Verkauf oder sowas. Ach, keine Ahnung. Ist mir da... Dieser Goldsackerl ist mir jetzt egal. So. Perfekt. Äh... Okay, einmal so. Jetzt ist die Hafer auf... Ja, jetzt müssen wir es so noch so machen. Und nochmal. Und noch einmal, damit wir... Ja, dann ist richtig. Wo ist der nächste? Ach, die sind da oben. Ja, okay. Okay, okay. Okay. Ach, nicht, dass ich jetzt auch noch gegen Leute kämpfen muss. Ja, okay. Okay, geschafft. Nee, doch nicht geschafft. Wer hat denn mehr Leben, wenn er sich verzaubert hat? Jetzt aber geschafft, oder? Ja. So, okay. Oh, cool. Da war ein Mega-Power-Trunk hier drin. Aber eigentlich bin ich deswegen hier. Wie sieht das jetzt aus? Okay, dieses Ding einmal nach da, bitte. Jetzt hab ich Scheiße gebaut. Egal. So, jetzt einmal so. Jetzt so. Nochmal. Und nochmal. Jetzt nochmal so rum. Perfekt. Okay. Hier nochmal hin. Ich seh nichts. Ich dreh's jetzt nur, damit ich das mal sehe. So, das ist schon mal gut. Dann können wir das jetzt so rumdrehen. So rum. Perfekt. Oh yeah. Geschafft. Geschafft. Yeah. So, was soll ich jetzt machen? Erstmal Flipendo wieder raus. Jetzt würde ich gerne noch hier die ganzen Sachen einsammeln. Okay, jetzt muss ich langsam mal wieder zu einem Händler, würde ich sagen. Ach ja, dieser Sackteil ist mir jetzt egal. Den hier nehme ich noch mit. Perfekt. So, was machen wir? Ah, guck mal, es hat geklappt. Äh. Ja, komm, nehmen wir noch die beiden Höhlen. Nein, ich möchte da hinfliegen, weil das ist ja so weit weg. So, jetzt hier runter. Wahrscheinlich ist da unten irgendwo der Eingang. Ja, wahrscheinlich hier. Runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Ja, perfekt. Wow, ich habe da gerade zwei Euro reingesandt. Oh nein, es stehen draußen noch Feinde. Oh nein, es stehen draußen noch Feinde. Genau, als ob das hier schon alles war. Egal. Dann müssen wir hier wieder raus. Das war ja mal gruselig. Okay, diese Höhle noch. Oder dieses Schatzgewölbe, was weiß ich. So, da müssen wir auf jeden Fall tiefer, tiefer, tiefer. Ja, hier ist der Eingang. Ja, du wirst sterben. Sorry. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer. So, jetzt nehmen wir das hier mit. Haben wir das auch direkt gefunden? Ist ja perfekt. Okay, das war dumm. Das war einfach nur wirklich dumm. So, hier ist noch ein Mega-Power-Trunk. Hier, den nehmen wir natürlich. Das kommt dann jetzt hier hin. Warte, warte, wo ist das? Hier. Ja, und rein da. So, wann... Ach nein, nicht schon wieder diese Rund-durch-geh-Scheiß. Da kann man jetzt direkt rausgehen? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn nicht, muss man da halt nochmal durchgehen. So, ist jetzt hier noch irgendwas. Ja, wir haben da noch diese eine Hülle, die ich immer noch nicht gecheckt habe. Die würde ich jetzt einmal ausprobieren. Und danach würde ich nach Hogsmeade fliegen. Ja, gut. Diese eine Hülle probieren wir nochmal aus. Oder auch nicht. Wir gehen einfach da hin. Von da aus fliegen wir. Das ist kürzer. Okay, so viel kürzer ist es auch nicht. Ja, komm. Einfach weiter fliegen. Ist ein bisschen langweilig gerade. Sorry. Kann ich nichts für. Oha, meine YouTube-Klickzahlen gehen aber gerade. Ja, sorry. Oh, nicht diese Hülle da. Genau, war das nicht das Problem? Ich habe die nicht gefunden oder so? Ich habe den Kack-Eingang nicht gefunden. Das war das Problem. Hä, wie geht man da rein? Muss man da durchsichtig sein? Ah, ja. Nee, verwandeln muss man das auch nicht. Okay. Okay, keine Ahnung, was man da machen muss. Muss da ein Troll gegenlaufen? Wollte ihn jetzt eigentlich dagegen laufen lassen. Komm, hau hier gegen. Ja, okay. Das ist dumm. Dann lass mich halt umbringen. Ist mir egal. Okay, das ist mir jetzt scheißegal. Ich will jetzt Karte von Hogsmeade. Ach na, dann lass ich mich jetzt halt umbringen. Ist mir auch egal. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Kann ich bitte jetzt einfach mal überleben? Kann man jetzt Strohflamme nutzen? Ja, Karte von Hogsmeade. So, dann gehen wir da jetzt Sachen verkaufen. Dann müssen wir echt mal gucken, was uns alles noch fehlt. Und wie man diese eine Höhle macht, kann ich ja auch mal googeln. Ja, ist ja schon ewig her. Ja, ich glaube. Okay, die Fragezeichen verkaufe ich natürlich nicht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ach nein, das war nicht Tab. So, 88% Sammlung. Ja, keine Ahnung, was da noch fehlt, ehrlich gesagt. Ist mir jetzt auch egal. Aber Talente. Ein Punkt ist mir jetzt auch egal. Aufträge. Eine Nebenquest fehlt. Kampf, ja, da fehlen noch so komische Sachen. Okay, Ausrüstung verbessern. Altäre, Geheimnisse. Ja, wir gehen jetzt einfach nach Hogwarts. Obwohl in Hogsmeade fehlen noch Handbuchseiten. Dann holen wir uns die halt noch. Komm, da will ich hin. Keine Ahnung, warum. Ich gehe da jetzt einfach mal hin, damit einfach dieses Lilan immer weg ist. Ich weiß nicht, ob hier nichts ist, ne? Ganz ehrlich. War ich schon mal in seinem Häuschen drin? Da kann man einfach nicht rein. Weil die alles versperrt haben. Reveglio. Ah, guck mal, da ist noch eine Schatzkiste. Ah, guck mal, da ist noch eine Schatzkiste. Ja, hier war doch irgendwas, was ich noch nicht hab. Was ist das hier? Die Post? Keine Ahnung, kann ich mich nicht erinnern, dass ich da schon mal drin war? Boah, hier muss doch noch irgendwas sein. Handbuchseiten oder so eine Scheiße. Aber ich weiß auch nicht, wie man das systematisch durchgehen soll. Ah, perfekt, guck mal. Ah, hier ist das. Ich weiß auch immer, dass er ist, hier war ich ja echt mal nicht. Aber trotzdem war das keine Handbuchseite. Lesen Sie mehr. Ah, guck mal, hier unten. Ich bin froh, dass Clementine endlich ihre Schmetterlings besessen hat. Ah, guten Tag. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofröche gegessen haben, passen Sie bitte. Hä, hier war irgendwo noch eine Truhe. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht doch noch in diesen Keller reingehen. Loslis Keller, da war ich doch schon mehrmals. Warum gehe ich da nochmal rein? Ach, Manu. Ja, komm, ich will da wieder raus. Gehe ich jetzt mal lieber nochmal durch den anderen Keller. Irgendwo da ist noch ein anderer Keller. Da möchte ich mal rein. Okay, das ist hier ein Keller. Wir gehen mal hier lang. War ich hier schon drin? Nee, doch, 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 doch. Da kannst du reingehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier war ich echt noch nicht. Und hier ist eine Truhe. Okay, wieder raus hier. Hm, da ist so ein Bison. Okay, hat nichts gebracht, da was zu zerstören. Ich bin nochmal zu dem anderen Ding, aber ich will nicht in Lorlis Keller. Das ist mir dann auch zu doof. Ich glaube, das hier ist immer noch Oxmeade. War ich an dieser Mühle schon? Nee, ne? Doch, irgendwann war ich da bestimmt schon mal. Ach, Mann. Danke, dass ich da lang gehen konnte. Okay, da war ich auch schon. Ja, wow, hier sind Eier, aber ist hier noch irgendwas? War ich auch schon. Nein, ach Mann, jetzt ist sie auch noch gestorben. Ja, okay, versuch uns erneut, dann speichern wir und dann machen wir es beim nächsten Mal weiter. Okay, bitte. Vielen Dank.